hallo liebe freunde willkommen bei minecraft ich habe mich wohl beim letzten mal nicht schlafen gelegt als ich ausgelockt habe das wollen wir gleich noch mal nach also hallo liebe minecraft freunde hallo liebe abonnenten und abonnentinnen oder die eine abonnenten wahrscheinlich die ich noch habe ich habe 43 abonnenten dankeschön an alle dafür 91 prozent der abrufe werden von männlichen personen gemacht neun prozent 91 von männlichen neun prozent von weiblichen und demzufolge könnten etwa drei oder vier weibliche abonnentinnen könnte ich haben oder abonnentinnen sind ja immer weiblich also abonnentinnen haben naja nehmen wir mal die hälfte an sind es zwei und in den usa erstaunlicherweise habe ich 69 prozent weibliche zuschauer und da wird wahrscheinlich eine der abonnentinnen herkommen okay dann schauen wir mal was wir jetzt heute machen wollen ich muss mich erst mal wieder etwas sammeln was haben wir denn letztes mal gemacht den brennraum der kann abgekloppt werden hier so dann haben wir den kanal gebaut oder begonnen besser gesagt da schreibe ich mir nichts dran den kanal haben wir begonnen wollten wir weitermachen was haben wir denn noch gemacht ach so wir haben das schafsgatter haben wir erweitert okay dann wollen wir doch mal ja was können wir machen ach ich könnte eigentlich zunächst mal hier die truhen ein richtung fenster verschieben ich glaube das mache ich auch mal dazu hole ich mir mal sand stein da ist sand stein ich glaube da können wir den ersten tag hier mit zubringen und dann werden wir uns an den kanal bau machen beziehungsweise an die verschönerung des kanals so jetzt erst mal hier diese dinger weg da wollte ich ja eigentlich keine für diese steine diese sandsteine da brauche ich keine ich habe nichts anderes dann mache ich mir doch erst mal eine steinhacke steinspitzhacke dafür werde ich doch meinen schönen einen schönen diamant hacker nicht für diesen sandstein hier hergeben so steine dann schreiben wir gleich mal wieder hin was das alles ist steine erde schon wieder die falsche taste es heißt das rückwärts so erde ist das nicht die bausteine erden das ist doch ist das immer noch sand sandstein ist das immer noch diese gewerkschaft da weiß die jetzt anders sand sand stein dann so weiter geht es bei den anderen auch hier also da ist holz drin und sonstiges holz war links sonstiges war rechts hier ist hier sind erze und werkzeuge erze und hier ist gebranntes essen drin also links gibt beranntes keine bange es wird schon noch interessanter heute denke ich mal so damit ach ja mehr haben wir ja gar nicht okay das ist ja hervorragend so dann werden wir gleich mal hier diese kisten hier abkloppen nee das ist das richtige werkzeug und wo ist sie denn da liegen sie jetzt kann ich natürlich wieder mal nichts aufnehmen also tun wir erst mal die werkzeuge hier rein so den ganzen man sollte schon ein leeres inventar haben wenn man hier äh umzieht oder die kisten ein bisschen verschiebt habe ich sie denn jetzt ja da sind sie alle beide sehr schön okay einmal hier hin und einmal dahin hier kommt das essen herein da ist die pilzzuppe die pilzzuppe das gebratene hühnchen der weizen das samen die pilze ich hatte doch noch mehr pilze sieht man die pilze gar nicht vor großen zahlen so der apfel das schweine das steeg besser gesagt noch was nein so dann die werkzeuge werkzeugen aber noch das feuerzeug öfen böte boote die eimer zählen wir mal alle zu werkzeugen das war es dann schon so ihr würdet sehen da hat man dann hier nämlich noch eine möglichkeit hier oben noch was hin zu machen ach ich habe meine mein eisen axt oder die stein axt was habe ich denn jetzt benutzt ist ja auch egal hier nehme ich mal die stein axt für die brauche ich ja trotzdem noch hier so haben wir alles ja was war da oben drin da war jetzt sonstiges drin und das sonstiges was haben wir denn da nicht viel doch ach das ist alles in der truhe geblieben ja sehr schön so gebranntes könnt ihr auch verbranntes essen lesen das passiert dann ab und zu wenn ich koche so das ist zum lockieren nicht möglich in diesem spiel sandstein cluster stein okay in diesem spiel kann man sein essen nicht verbrennen der ofen schaltet sich automatisch ab wenn er fertig ist das ist natürlich fantastisch so das waren jetzt erze glaube ich da ist der da ist der das ding hier wie heißt das die truhe so ja und das hätte jetzt auch alles da drin bleiben können also das verstehe ich jetzt nicht warum das bei dem einen oben alles hängen bleibt eisenerzpflaster stein sandstein okay und bei dem anderen fällt es mir in die naja ist ja egal so ach das sieht aus wie holz gell holz jawoll so alles holz bitte lieber notsch schmeiß mir doch hier die truhe die truhe immer gleich unten rein da kann ich sie gleich ablegen so bretter setzlinge hölzer da fällt mir ein ich habe ja gar kein laubholz angepflanzt hier oben muss ich gleich nochmal gucken so was haben wir da oben noch der kann auch weg naja dafür habe ich jetzt natürlich ach das machen wir später so was haben wir hier noch hier haben wir sandkram da ist sandkram und hüllenstein und sowas den habe ich hier auch mal reingeschmissen in der mangelung eines gescheiten platzes könnte natürlich unter sonstiges aber da habe ich eigentlich mehr so ein loot kram drin und sowas so jetzt ist mir hier der ganze ganze erde entgegen gefallen wunderbar das ist übrigens kurz nach mitternacht und wir haben jetzt die nacht vom 15 auf den 16 juni richtig ja genau juni haben wir noch und da ich nicht mehr viel folgen zum hochladen habe ich schreibe ja immer unten drunter in der beschreibung guck es wird schon wieder dunkel da habe ich doch tatsächlich den ganzen tag hier verbracht so und das einzusortieren ach ist das eine langweilige sache ne ja dann macht er nur umsortieren ach wenn mir jetzt das nicht mehr gefällt ich glaube das gefällt mir nicht das war nicht so eine gute idee ich glaube ich baue es am nächsten doch wieder zurück so habe ich sie alle erwischt ja ich glaube ich sollte doch lieber vorziehen wieder oder das mache ich dann morgen erstmal nehme ich mir hier meine werkzeuge wieder raus die ich brauche als da sind mhm mhm eisenexte stein pilzhacke steinspitz steinpilzhacke steinspitzhacke steinspitzhacke natürlich so ein schwert ein schwert und obwohl ich ja lieber mit dem so was zu essen brauche ich noch obwohl ich ja lieber mit dem äh nehmen wir mal hüppel bratenes hühnchen obwohl ich lieber mit pfeil und bogen kämpfe so jetzt nehmen wir das nochmal weg da oben ok jetzt könnte man ähnlich mal sehen ob das funktioniert von hier oben auch ne geht nicht was ist denn das hier für ein zeug das muss natürlich noch weg funktioniert so nicht ok ich dachte ich könnte naja macht nix ok dann lassen wir das halt so ich dachte ich könnte von oben auf von der galerie auch noch darauf zugreifen und es ist schon wieder stocker finster geworden wo ist denn der mond den sehe ich gar nicht mehr dann ist es schon sehr sehr spät also dann lege ich mich mal hin gute nacht so wirn dann es ging